Hallo und herzlich willkommen zu, wie heißt das nochmal? Shark Byte, glaube ich. Oh Gott, das ist laut. Ah, Musik. Sorry, Leute. Ach so, das war die ganze Zeit ein Game. Ja, ja, das war die ganze Zeit ein Game. Und in 20 Sekunden geht es jetzt los. Es ist ähnlich wie Minecraft Murder. Es gibt sozusagen einen High. Also jeder weiß, wer das ist, aber... Es ist ganz anders als Murder. Bei Murder weiß man nicht, wer der Murder ist. Es ist hier schon, weil es ein High ist. Ja, hier gibt es ein High und verschiedene Leute auf Booten. Und ich glaube, hier wird halt jetzt zufällig ausgewählt. Und jeder sieht das. Und der Typ ist es geworden. CT Champion. Ich glaube, wir können uns doch gegenseitig einladen, ne? Ja, ich lad dich mal ein. Äh, ja. Welches Boot soll ich nehmen? Das blaue Boot, das war... Das Patrouillenboot. Das war immer am besten. Oh. Bist du bei mir drin? Ja, du bist bei mir drin. Perfekt. Ja, ich bin bei mir drin. Okay, wir haben das Patrouillenboot. Und einer fährt jetzt und der andere ballert. Vielleicht hat er mich eingeladen. Was? Was bist du nicht? Ich bin von drei Leuten. Ich bin von drei Leuten eingeladen. Von drei Leuten bin ich auch eingeladen. Nice, Alter. Und da haben wir... Ich habe jetzt eine Pumpgun hier. Nice, Alter. Hä? Ah. Ah. So, ich bin jetzt hier Fahrer. Sollte mal ein bisschen raus scrollen. Und das ist richtig cool gemacht meiner Meinung nach, dass man hier sieht, wie der Hai freigelassen wird. Und jetzt... Go! Jetzt dürfen wir ja nicht vom Hai gefressen werden. Ach, die Scheiße. Weißt du... Weißt du noch, wo ich einmal so überlebt habe, weil ich einfach von ihm weggeschwommen bin und man noch nicht gesehen hat. Wuh! Ja. Alter, wir driften gerade richtig. Wuh! Oh nein! Ich habe all meine Schüsse verbraucht, Leute. Ernsthaft? Jetzt schon? Ja. Und ich... Ich habe einfach probiert, wie es ging und habe komplett reingeschissen. Es gibt... Du kannst auch nachladen. Wie denn? Keine Ahnung. Wenn man hier nicht nachladen kann, Junge. Und wenn andere Spieler sterben, sollten wir sie schon möglichst wieder auf unser Boot holen. Der Hai hat gerade ein paar Leben abgezogen bekommen. Ja, unser Ziel ist halt den Hai zu töten und der Hai muss uns töten. Und man würde jetzt vielleicht denken, ein Hai zu sein ist mega OP, aber eigentlich ist es das überhaupt nicht. Das wäre doch mal eine gute Upgrade. Es gibt sogar so ein Kriegsboot. Das ist OP. Ich glaube, da war der Hai. Ich würde mal wegfahren. Ja, man kann doch hier auch irgendwie... Kann man hier nicht auch die Titanic haben oder so? Jaja, man kann auch die Titanic haben. Also wie ist halt diese Wehrung? Wir waren da mit einem. Der hat uns alle kaputt gemacht und der Hai konnte einfach nichts machen. Ja. Das war voll asozial. Der hat doch die ganze Zeit so asozial zu uns gegangen. Ja. Lol, wieso bin ich da so langsam? Also hier haben wir halt diese Wehrung. Hai Zähne. Setz dich lieber hin. Während wir uns bewegen. Sonst fliegt er doch runter. Und mit diesen Hai Zähnen können wir uns halt Sachen kaufen. Und sobald ich weiß, gibt es das ja auch bei Nacht. Deswegen aktiviere ich jetzt mal das Licht. Und wieso leckt das so? Oh mein Gott, wie cool. Komm, wir fahren durch dieses Loch. Oh mein Gott, wie cool. Bei mir liegt da mal so gar... Was haben die denn für'n Schiff? Loil, wie cool. Du bist... Agent Lewis 07 ist gestorben. Bei mir steht, du bist gestorben. Echt? Nein! Bleib schnell! Bei mir steht gerade Agent Lewis 07 ist gestorben. Aber was hat der für'n geiles Boot? Ey! Junge, ich sag doch, setz dich hin! Oh Gott! Oh nein! Und dann ist er da frei! Oh Gott! Ich... ich drehe mich! Ich kann nicht fahren! Oh, ich bin tot! Ich muss hier raus! Oh, was von doof! Ich muss hier raus! Ich komm nicht raus! Oh! Ich schwimmen, weil er hier... Hilfe! Ich bin nicht da! Ich bin nicht da! Oh mein Gott! Stimmt! Mit R kann man nachladen... Mit der R-Taste kann man nachladen. Nur damit du's weißt. Wo ist der Hai? Ich... ich bin gerade hier in Trümmern. Hilf mir! Ich bin noch... Komm mit, ich lebe noch! Ich lebe auch noch! Ich bin hier mit... Ich bin hier mit... Unser Boot! Ich auch! Ich bin bei unserem Boot! Ja, das ist... Du drehst dich gerade im Kreis! Nein! Ich bin ja nicht auf dem Boot! Das Boot dreht sich nur im Kreis! Was? Ich seh' nicht wieder, um uns raufzukommen! Ich will nicht raufkommen! Das Ding ist... Das kann man nicht fahren! Ich bin ja runtergesprungen! Das kann sich nicht mehr fortbewegen! Wie soll man da raufkommen?! Oh, ich bin rauf! Ich bin rauf! Oh, mein Gott! ON, mein Goa- �로h- Oh, mein Gott! Ey, der Hai! Was für'n Sack! Lebst du noch? Jaaaa! Nein, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Wo ist das? Nice, Alter. Oh, Alter. Eine Titanic, zwei Haie. Oh mein Gott. Wir haben eine Titanic und zwei Haie. Und mit... Alter. Einer ist... Zwei sind jetzt Haie. Am besten wir beide. Max? Nein. Am besten wir beide. Wäre jetzt toll gewesen. Und wir haben eine Titanic. Und da ist jeder drauf gewesen. Oh, oh. Nee, ich. Ja, du bist nicht auf der Titanic, du Opel. Ha, 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 ha. Mando, ich wollte auf die Titanic. Alter, die Titanic ist ja voll geil. Ja, sozial. Das war ein Sog. Ich habe sie noch gar nicht richtig gesehen. Aber hier geht es viele Räume. Und die sehen sehr cool aus. Oh, man kann gar nicht rein. Nice. Oh, ich dachte, man kann rein. Oh, da bin ich. Ich sehe nur einen Heil. Mal gucken, wie laggy ich gesteuert werde. Oh mein Güldnis. Ja, der Heil zu sein ist voll laggy irgendwie, oder? Und was? Digga, ich fliege. Du fliegst? Irgendwas mache ich falsch. Irgendwann. Ach, du. Was, die Titanic geht unter? Ach, ich kann auch aus dem Wasser springen. Okay, gut zu wissen. Warte, wieso fallen hier so viele Rettungsboote weg? Wo bist du? Ich bin auf der... Was? Oh mein Gott, die Titanic... Nein, das ist mir schon klar, dass du auf der Titanic... Ach, da hinten die Seite. Die Titanic geht gerade unter. Oh mein Gott. Ha, ihr Lappen. Ist ja doch die Titanic, oder? Ja, aber... What the fuck? Hier sind gerade Rettungsboote weggefahren. Oh, da ist die Titanic. Oh mein Gott, nein! Was? Hallo Anna, hi Brudis. Haha, was war denn das gerade? Hier haben so viele Leute meine Frisur. Ralfa doch. Du hast auch eine bessere Waffe als ich, ich habe nur eine Rife. I'm just kidding, ich gehe raus. Oh. Oh mein goodness. Oh mein goodness, sexy Shark. Oh. Gott. Ich setze mich hin. Oh Gott. Jungs. Haltet euch fest. Hey, voll nice einfach. Ach so steuert man. Okay, jetzt weiß ich. Ja, wow. Wie, ja, ist die. Wee, auf die Islands. Ich glaube, man kann da überhaupt nicht drauf. Äh, wie macht man Licht an? Äh, dürfte da oben stehen. Ach Gott. Ich bin runtergefallen. Was denn? Ich finde, ist sowas von runtergefallen. Oh, da war der Hai. Oh nein, der Hai ist vor dir. Oh mein Gott. Pass auf. Ich bin hier hinten. Siehst du mich? Komm näher. Ja. Nein. Nein. Es ist an mir vorbei. Bleib stehen. Bleib stehen. Bleib einfach noch stehen. Warte, warte, warte. Nein. Ah, ich bin drauf. Okay, setz dich. Setz dich. Ich setze. Und aus irgendeinem Grund kann ich meine Sicht um 360 Grad drehen. Ernsthaft, hier heißt jemand Fortnite Max? Was sind die Leute so verrückt nach Fortnite, selbst wenn sie Roblox spielen? Was ist der Unterschied zwischen Robux und V-Bux? Was machst du? Das ist ein Hai. Wo ist ein Hai? Alter. Hi, hi to the sky. Oh, es wird fallen. Oh. So viel angenehmer. Ja. Zack. Ach, Fortnite Max. Du bist einfach der coolste Dude auf Erden. Stimmt, man kann ja richtig krass rausscrollen. Oh, der Hai ist direkt hinter uns. Er verfolgt uns. Oh mein Gott. Oh. Scheiße. Ich seh ihn. Wenn man ganz krass rauskommt. Ja, sorry. Ich fall runter, wenn ich aussteig. Oh. Ja, das ist doof gerade. Wenn ich aussteige, dann fahren wir nicht mehr. Warte, ich geb den anderen zum Fraß. Ja. Oh, er beißt an. Verpisst dich schnell. Er beißt an. Er hat sie kaputt gekriegt. Ja. Nein, Alter. Nein, 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 nein. Oscar. Wie weit fährst du denn auch noch weiter? Los, 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 los. Ich mach. Bist du? Ich bin an deiner Leiter. Oh, ich seh ihn. Ich seh ihn. Verpisst dich schnell. Verpisst dich schnell. Ich seh ihn nicht. Man kann ihn so als kleinen Schatten im Wasser sehen. Bei der Insel war der. Ach so, ja, da ist, oh ja, da seh ich ihn auch. Es leben echt nicht mehr viele. Ja, und wir leben noch. Das ist irgendwie traurig. Oh, ich seh ihn. Ich glaube, er hat unsere Fährte. Oh. Große Lex. Ey, dieses Spiel macht so viel mehr Spaß auf dem Computer. Das ist so geil. Na, Paul hat sich das gerade erst auf dem Computer runtergeladen. Ja, sonst immer auf dem Handy. Die Folge davor, bei diesem Teil, können wir auch auf Handy. Das war einer meiner ersten Videos. Ich hab jetzt bei der Weih auch eine Playlist. Games mit Paul. Schaut da gerne mal vorbei, wenn ihr die Videos mit ihm feiert. Oh, ich hab ne Brüge. Der High ist da hinten, wo ich hingucke. Ja, jetzt, wo ich hingucke. Da bei dem Turmant war der High. Oh, ein Schleicho. Alter, 15 Sekunden. 15 Sekunden, das schaffen wir noch. Oh, voll die Legs. Ha, Opferhai. Ey, der Deck bekommt uns nicht mehr. Ne, der bekommt uns jetzt noch. Ob der das noch bekommt? Oh, welche Überraschung. Nice. Schon wieder, Elliot? War der das nicht gerade schon? Wer? Wer ist? Elliot, schon wieder. Ich glaube, der war das gerade schon. Ich hab dich eingeladen. Ist doch scheiße für den. Ich hab dich eingeladen. Komm ran. Ja, ich bin dran. Willst du nicht? Ah, doch. Nimm nicht das Boot. Äh, wieso? Ich hab doch schon... Welches Boot sonst? Ach so. Wir nehmen mal das Fischerboot, oder? Er hat uns sehr gute Dienste geleistet. Wir nehmen mal das Fischerboot. Nein! Ey! Süß, wir sind kaum noch mehr. Ja! Oh, Gott. Ah, ah! Ey, das Boot sieht halt einfach viel geiler aus, ne? Ja, ich weiß auch. Ich glaube, das ist langsamer. Und das ist halt sehr schlecht. Er kann nicht so gut lenken. Muss schon schnell sein. Ich hab mittlerweile 11% Chance, der Heil zu sein. 7. Das Licht mach ich mal an. Oh, da ist der Heil! Nene, nene, nene! Schnell umdrehen! Boah! Dieses Boot kann driften. Wo ist der? Leute, sponsert. Simon! Alter, nice. Wenn du ganz weit rausscrollst, kannst du den als kleinen Schatten im Wasser wahrnehmen. Da, wo du hinguckst, ist er eigentlich hinter der Insel. Hab ich ihn zumindest jetzt gerade? Ja, da ist er. Ah! Macht gerade andere Boote fertig. Komm, wir rammen die. Ja, nicht unser Problem. Nein! Kann man andere Leute mit Rammen eigentlich töten? Oh, die gehen unter! Gehen die unter? Jungs, geht die unter? Komm drauf! Ja. Komm drauf! Komm drauf! Nein! Komm drauf! Ja, perfekt! Wuh! Nein! Okay, die springen ab. Nein, der ist nicht abgesprungen. Er hat sich einfach nur nicht hingesetzt. Einer ist da. Wir müssen hier weg. Hier geht der High Safe hin. Komm hoch! Komm hoch, Digga! Schnell! Dahinten kommt jemand angesprungen! Junge, komm drauf! Oh Gott! Junge, komm drauf, Digga! Wer hat dieses Häschen, Boote? Fahr, fahr, fahr! Es ist der High! Ich fahre! Ich hab's gesagt! Ich... Hä? Was war denn das gerade? Ich hab... Ich bin gefahren! Und es hat, glaube ich, geleckt. Ach, Menno. Es sind irgendwie fünf Leute jetzt gestorben. Durch Jungs! Nice, Alter! Leute, das war's für heute! Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mich mal einen Daumen nach oben wissen, Alter. Was ist denn das? Zombie mit Elvis-Frisur, der hier neben mir chillt. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Runde Roblox wieder. Und ja, tschüss!